Okay, ein neuer Versuch würde ich sagen, oder? Auf ein neues! Leider ist der Vitali jetzt wieder weg. Der war nur kurz dabei, wollte uns nur kurz helfen. Muss jetzt zur Arbeit, oder musste zur Arbeit. Ja. Wir schaffen es auch ohne ihn. Hope. Hä, wo sind die Sachen hier unten? Oder ist das jetzt anders, weil wir jetzt einfach dazu neu quasi gestartet haben? Oder was ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Da unten fehlen ein paar Sachen. Ja, egal. Hm, okay. So. Ja, boah. Ist du ready, oder was? Na, Siggi. Allzeit bereit hier. Wir werden wieder sterben. Boah, aber diesmal nicht brüllen, ja? Na, nix. Ich habe mir die letzte Folge mal angeguckt. Ähm, das war die Folge 15. Das war, wo du irgendwie im Sekundentakt von Special Zombies gepackt wurdest, ey. Das war so fun. Ja, ja. Und Vitali die ganze Zeit am rumbrüllen, weil er nix gehört hat. Ja, Mann. Das war mega fun, ey. Ja, ich habe mir das auch noch mal angesehen. Ja, es ist voll echt gut geworden die Folge, muss ich sagen. Zu dritt macht doch echt schon mehr Bock als zu zweifeln. Ja, auf jeden Fall. Mega. Boah, ich wurde gepackt, ich wurde gepackt. Oh. Oh, geht direkt hier, geht direkt Korrekturz hier und auch direkt Charger hier. Wow. Ey, das geht hier direkt richtig zur Sache, Mann. Hm. Wow. Boah, Mann, ey. Vielleicht zwei frechste Zombies auf uns. Oh, Mann, nein. Wurde wieder gepackt, Charger. Was ist denn hier? Oh, fuck, hilft dir denn da einer, weil ich bin auf der... Nee, 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 ich bin jetzt tot gleich. Boah, ich komme, ich komme. Ich war gerade auf der anderen Seite vom Bus hier. Ich musste... Dieser Bot ist so doof, ey, heftig, Mann. Ich stand neben mir einfach und chillte so. Wow. Danke. Ich bin direkt wieder brutal zur Sache, Mann. Hm. So, ich muss mich mal heilen jetzt direkt, weil... Oder was ich meine, ich spritze mir erst mal hier. Überlebe ich mal ein bisschen. Oder ich gehe mal hier hoch. Diesmal müssen... Oh, fuck. Diesmal müssen wir beim Tank ein bisschen bedachter vorgehen. Ja, Mann. Am Ende beim Heli. Nicht wieder ganz euphorisch auf den Helikopter zulaufen. Ne, ja, sind wir immer... Wir haben ja jetzt noch Maschinengewehr noch da oben. Da können wir auch noch drauf, eigentlich. Weißt du, dieses Maschinengewehr ist ja noch am Ende auf dem Ecke. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, das müssen wir dann auch noch damit ziehen. Warte, was mache ich da noch? Ja, ihr seid da oben. Ich habe keinen Bock, wenn ich vor den Special Zombies... Äh... Oh, Mann. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin kurz hinter... Ich bin hinter dir. Ich fühle mich im Hallen. Okay, okay. Wow. Es geht. Aber irgendwie gar nichts. Okay. Ich bin wieder. Zurück. Back in the building, oder? Ja. Ja. Oh, ich habe... Vielleicht wechsle ich zu deinem Dings hier. Das ist besser, glaube ich. Ja, Mann. Du hast es besser. Hm. Die AK. Die andere hat immer irgendwie... Nach drei Schissen... Mach die kurz stoppen und dann schießt die weiter irgendwie. Das ist nicht so geil. Das ist auch nicht so meins. Ich brauche schon hier Vollautomatik. Oh, ja. Ich auch. Ich bin oben. Da war das abgetan. Oh. Brauch Hilfe. Okay. Leider ein kurzer Cut. Der Boy-Beats-PC ist wieder einmal abgestürzt. Wieso auch immer. Ich bin jetzt die Rochelle. Welche soll ich nehmen? Normal war ich immer der Coach. Naja. Okay. Okay. Gut, gut. Aber bis jetzt sind wir ja ganz okay. Obwohl, ja, bis hierhin sind wir immer gekommen. Ja, ja, gleich kommt der erste Tank und schmeißt mit den Autos nach uns. Stimmt, stimmt. Da unten ist es, ja. So, da unten Munition. Wunderbar. Wow, wo kommen die denn alle? Hilfe, Hilfe. Brauch Hilfe? Wißt du, wißt du. Ja, ich... Da brauchst was. Ja, bei mir war ein Hunter oder wie die Fuck-Boys-Seifen. Ah, okay. Wurde jetzt sagen, ich kann ja Rohrbombe schmeißen, aber ich hab ja nicht mehr Coach. Hilfe. 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 Ach, scheiße. Oh, fuck. Ich hab' nicht gesehen da oben. Oh, nee. Oh, schnell da hoch. Der Tank kommt. Oh nein, das auch noch. Ja, Alter, das ist ab, fuck. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwie raufkommen jetzt. Nee, ich glaube nicht. Ich schieß auf den Tank, warte. Scheiße. Schieß auf den Tank. Ich glaub, da können wir nix machen. Okay, okay. Oh, da kommt auch nicht. Scheiße. Oh, ich hätte den Ausgetrickst. Oh, dann ist der tot. Ähm. Wie ist der da hochgekommen zum Geier? Ach, der ist wahrscheinlich da hinten rumgelaufen, ne? Ja, Mann, ja, Mann. Schlau. Da haben wir den Tank zu zweit besiegt. Der Bot war dem wichtiger jetzt eigentlich. Mhm. Pass auf, da ist ein anderer. Alter, wie der da rumjumpft, Alter. Zumindest haben wir den Tank schon mal. Wow, er hat mich. Ja, ich hab's gesehen, boy. I got your back, boy. Nice, nice. Mhm. Heftigstes Level bis jetzt, ohne Witz. Ja, Mann. Auch das erste Level, wo wir so viele Versuche brauchen, ne? Oh, ja. Ich glaub, das ist der sechste Versuch oder so, oder? Sechste, fünfte, irgendwo. Kann sein, ich hab irgendwann nicht mehr mitgezählt. Aber das ist krass, dass auf einmal die Schwierigkeit so anzieht, weißt du? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, oh, ich werd gepackt, ich werd gepackt. Ja, ich komme. Zuerst so ein bisschen lower die Anzen davor und jetzt auf einmal so zieht das voll an einfach. Oh, fuck, 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 wo bin ich denn hier reingeraten? Ich meine, das wär natürlich geil, wenn die zwei Bots nicht solche gehoots wären. Mhm. Wow. Wow, ich werd gepackt. Wow, was ist denn hier? Ey, das ist richtig brutal. Lass mal hier rein, ins Haus, oder? Ja, ins Haus. Ja, ich weiß, was ich. Ja. Du weißt, was ich mal, ne? Ja. Soll ich denn mehr mal an Adrenalin? Oh, was ist das? Ja, gut, wir hatten immer auch versucht, immer ohne Sinn und Verstand einfach vorzulaufen, weißt du? Jetzt, das ist so wie die ersten, seit ein, zwei Runden versuchen wir immer so zusammen zu bleiben und etwas entspannter, äh, ups, vorzugehen. Auf jeden Fall. So sollen wir weiter vor? Ja, 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 nach das, weil sonst kommen wir die ganze Zeit, die Guys. Sorry. Wollen wir hier hoch? Ja, ne? Wir müssen, glaube ich, hoffentlich gehen. Hunter kommt. Hunter kommt. Da hilft mich, bringt er schon. Schiffschiff und Hunter. Mhm, mhm, mhm. Ah, ist tot, okay. Ich habe leider auch keine Robbombe oder sonst irgendwas, hat der Coach alles, ich glaube, das wird aber auch nie werfen, ey. Die werfen sowas, glaube ich, nie, die Bots, oder? Mh, ich glaube, sehr selten. Also, ich habe es nie bewusst gesehen, auf jeden Fall. Ja, der Smoker, der Smoker, der Smoker. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Okay, ähm, pass auf, Alice vorziehen. Ey, wie hat das denn der Bot geschafft, ey? Pass auf, hier ist ein Jockey. Ja, ja, der ist hinter uns da, irgendwann rumcreepen. Creepen. Wow, ich habe mal ab, ey. Oh. Sorry, sorry. Das war überhaupt nicht passiert. Boah, gleich wieder Muni. Hinten war Muni, glaube ich, oder? Echt? Ja, komm. Oder war das nochmal? Ich habe auch nicht viel. Der ist, äh, lass den irgendwo im Lkw hin, wieder hinten rein. Ja. Erstmal, äh, hier Ruhe bewahren, so drin. So, erstmal hier rein. Oh, rein hier. Ja, erstmal hier, ähm, klarkommen. Da waren noch Adrenalinspritzen da unten, ne? Ja, stimmt, aber eigentlich. Nehmen wir mal eine mit. Du das. So, wollen wir ein Stückchen weitergehen? Ein bisschen. Ist hier in diese Richtung. Okay, jetzt müssen wir hier Ruhe bewahren. Ich war dann immer so ein Shit. Hier war noch Bohrbomben, hast du hier gesehen? War noch so ein Shit? Ja, ja. Ach, shit. Ja, egal, komm, egal. Du hast ja eine. Ja. Okay. Jetzt, ähm. Vielleicht auch der Tanki Tank. Ich, ich, ich gehe mal ans MG und hier lock den mal dann gleich da rüber, dass ich auf den schießen kann. Ich, ich lock den mal jeden Moment. Aber da kommt der schon. Da kommt der. Schieß jetzt aber auch schon mit. Ja, klar. Oh, der ist durch. Nice. Das ging aber gut. Das war ohne Witz. Oh, geile Waffe hier. In welchem ist das? Oh. Okay, die, ähm, M4 oder was das ist. Ach so. Ja, okay, komm. Boah, ey, das wird ja gar nicht aufhören, so ist es von Wisse. Wollen wir hier? Ne, wir müssen da hinten runter, glaube ich. Da kommt noch ein Tank. Vorsicht, Boy. Wo ist der Tank? Siehst du den? Lass mal wieder ein Stück zurück. Da hinten, da unten kommt der. Damit wir ein bisschen Distanz zu ihm haben. Wow. Ich sehe hier schon die Steine. Fuck, fuck, ich komme nicht durch. Oh, die scheiß Zombies, die blocken einen. Schieß doch den. Wow. Schieß doch das Tank. Boy, ich lebe hier noch. Ja, ja. Auf den Tank schießen, auf den Tank schießen. Das war der Down, glaube ich. Wow. Ja. Braucht kurz Dings. Ich brauche kurz Heilen. Oh, shit, da kommt ein Zondel. Oh, nice. Okay, sehr gut. Lass runter jetzt. Ich glaube, die kommen mal wieder. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Tanks. Ich glaube, wir hier jetzt runter. Ich heile mich auch mal eben nur zur Sicherheit. Ja, okay. Weil ich bin hier nur auf Drogen, hier so Adrenalin-mäßig. Komm, die kommen mal wieder. Das macht keinen Sinn, wenn wir hier warten. Ja. Okay, hier runter. Ich glaube, der ist auch schon ein Tank da. Ich glaube, der ist auch schon ein Tank da. Ich habe da irgendwas gehört. Wir haben schon jetzt hier. Wieso? Hinter mir. Einfach weiter. Einfach weiter durch. Da hinten ist der Tank. Halleluja, ey. Boah, endlich, Mann. Oh, Coach, komm doch bitte rein jetzt, ey. Komm mal hier rein, Mann. Boah, schwere Geburt, ey. Echt. Boah, ey. Guck mal, dass es so Probleme bereitet. Ich weiß es nicht, ey. Oh, Mann, sind wir doch hier bei Pros. Ja, sowieso, ey. Ne? Hm. Kann man das überspringen? Ähm. Ja. Okay, boy, direkt nächstes. Das Sacrifice. Na, Siggi. So, starten. Go. Oh, andere Charaktere, tatsächlich. Immer gespannt. Das sind diese Boys, die wir einmal kurz gesehen hatten, ne? Einmal in einer Mission. Stimmt, stimmt, ja. Die uns Support geleistet haben. Wo spielen wir mit denen jetzt? Haben die anderen jetzt safe? Keine Ahnung. Ah, jetzt ist es leider wieder auf Englisch. So. Ähm. Ja, wo sind die Waffen hier? Ah, guck mal. Guck mal. Boah, das habe ich schon vor lange nicht mehr gesehen. The fuck, müssen wir hier hoch oder was? Nee. Ach, hier runter, guck mal. Die Bots gehen schon richtig. Wer bin ich überhaupt, boy? Wer bin ich überhaupt? Ach, hier runter. Du bist so ein Girl. Lava. Du bist so ein Admiral oder so. Mhm. So, Medikids. Her damit. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich habe ein nice Pumpy. Hier ist Medikid, habe ich. Ähm, ja. Let's go oder was? Na, Siggi. Mhm. Guck mal, hier oben sind's. Ähm, naja. Okay. Feuer, Knister. Ich habe eine Pumpy jetzt. Mal gucken. Wie lange ich noch mit einem Pumpy gespielt. Pumpy, Pumpy. Pump Nation. Und mit Pumpen schießt man halt nicht so oft wie mit du halt, ne? Mhm. So cool. Hier runter, guck mal. Mhm. Oh fuck. Oh, was hast du denn? Entschuldige da oben, alle. Ja, wie wollt euch geht's runter? Hier oben ist sicherer. Ja, ich merke es. Wieso bin ich so vorgeprescht? Scheiße. Go let's. Hier ist noch eine Bombe. Und Jockey, sitzt auf. Boah, die Pumpen sind ja so scheiße. Ich bin überhaupt nicht so der Pumpy geil. Nee, ist auch nicht so meins. Pass auf, oh fuck. Ich bin hier irgendwas drin. Hm. Nichts für mich. Weite Pistole. Ich habe ein Katana. Oh, schön. Oh. Achtung. Wüßt, wüßt, ach da. Ich habe ihn gleich gesehen gerade. Boah ey. Direkt zur Sache hier. Oh shit. Oh, wie ist das denn passiert? Ja, der Charger hat mich gebumst. Ihr habt da oben nichts gemacht. Ah, ja ist klar. So. Schmerzmittel. Oh, was ist denn da drin? Ach so, ah, okay. Boah, ist mir zu dunkel gerade. Ich muss mal den Kontrast einmal erbringen. Eine Rohrbombe. Okay. Okay. Ich weiß, glaube ich. Oh, pass auf, da ist Jockey. Na, yo, yo. Boah. Ich treffe noch nicht mal den Pumpkan, ey. Und so ein Windvogel, ey. Und so ein Charger in Frage. Was ist hier schon wieder los? Boah, Bombe. Jo, jo. Francis. Boah, ich sehe noch die Körperteile hier rumfliegen, ey. Ein paar Pillen könnte ich gebrauchen. Ich weiß zwar nicht, äh, wahrscheinlich falscher Anwendungszweck, aber egal. Hier ist wieder ein Anwendungszweck. Oh, ne Rohrbombe. Echt? Keine Mühe. Oh, da hinten ist einer gepackt, scheiße. Oh, fuck. Alle wieder gesund und munter. Jo. Hier muss noch ein paar neue Waffen hier. Combat Rift. Oh, Combat Rift. Ah, nice. Und ich glaube, jetzt kommt ein Tank. Wenn ich mich noch nicht verinnere, muss ich kurz ein Tank kommen. Krass, daran kannst du dich noch erinnern. Ja. An die ersten Maps konnte ich mich noch so ein bisschen erinnern, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, okay. Lass erstmal die Verzögen hier töten, damit es, ähm, vielleicht nicht so viel im Weg stehen mit Zombies, weißt du? Ja. Die Luft rausgeht aus dem Anzug, guck mal hier. Oh, shit. Vorsichtig, vorsichtig, ich lauf jetzt weg, lauf weg direkt, lauf weg. Okay. Oh, damn. Alle draufhalten. Alles, was ihr habt, alles, was ihr habt. Oh, nice. Das war easy. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, hast du auch Bombe gewaffen? Wie gut. Das war ja ESPIS. Geist nicht? EZPZ. Easy, easy clap. Easy clap, ja. Komm mal rein hier, wie Gott. Können wir hier aufmachen, oder was? Mach mal hier die Tür auf. Guck mal, was passiert. Ja, komm. Oh, ich dachte schon, da kommt er auf den Runter. Ja. Okay, Jockey, wo bist du? Der hat sich aber gut versteckt, hier. Ja, gut platziert. Ja, man, echt gut platziert teilweise, die Zombies. Hier rüber. So, ein Save-Room wäre schon mal ganz cool jetzt. Vorhin kam das innerhalb von zwei Minuten, jetzt braucht man auch länger. Ja, ich habe auch echt das Gefühl, diese Kampagnen, die schwanken richtig vom Schwierigkeitsgrad her. Echt? Okay. Ja, also manche sind total einfach so und dann kommen wieder total schwere und dann wieder einfache. Das stimmt wohl. Das kann sein, ja. So ruhig hier. Oh, pass auf, hier ist ein... Oh, oh. Oh, so gut, dass ich neben mir stand da direkt. Was war das denn? Das, hier sind manchmal so exklusive Fässer. Oh, man, ey, fuck. Fette Boomer, ich habe auch hier in der Ecke. Oh, boy, are you okay? Hm, ich bin in der Ecke hier. Wenn du so mit Boomer geile Folge kotzt bist, dann ziehst du Zombies an. Ah. Okay, hier in den CSA-Room, guck mal. Also zumindest zeigt er hier an, hier ist irgendwo einer. Oh, da will ich mich... Nice, danke, Franz. No problemo, pal. Ah, blockieren. Oder? Ja, doch, ne? Ist jemand bei mir? Komm gleich, sind Rohrbomben, wenn ihr braucht, hier bei mir. Oh, shit, hab ich noch nichts gesehen. Boah, du bist alleine da hinten, ich komme. Voll wie kacklos. Da hinten ist Smoker, siehst du, da steht er schon alleine. Der kack Smoker. Wo sind die? Hier, wo ich bin, hier auf diesem Regal. Sehr gut. Ich dachte, vielleicht können wir die noch gebrauchen. Ja, auf jeden Fall, ja doch, auf jeden Fall. Kann man immer gebrauchen. Das ist aber langer Weg zur, zur Dings. Hm. Pass auf, der ist ein Jockey. Charger steht hier auch gut platziert. Ja, Mann, der ist echt gut platziert hier. Die haben echt gut platziert manchmal mit Zombies. Oh, das stimmt. Die Jockey die ganze Zeit hört, Mann. Kommt doch hoch, Mann. Hier ist, äh, hier diese Exklusiv-Munition. Ich benutze das mal hier für uns. Ja, genau, ist ja cool. Und der ist, der ist auch ein Medikett. Achso, das ist dein. Ja, das ist, das muss ich, äh, fallen lassen. Ja, okay. Boah. Ups. Was ist jetzt aber fertig? Ein bisschen zu viel Feuer hier. Ja, die Bots, ich weiß nicht, ob die keinen Bock haben oder so. Irgendwie kommen die nicht. Also, jetzt kommen die. Boah, kann man runterfallen, ne? Boah, voll gut platziert, ey. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Mal hier versuchen, einfach. Boah, ey, was ist denn hier los, ey? Ist jetzt runtergefallen. Ja, wir müssen wahrscheinlich... Egal. Hier ist der Safe-Room, der ist hier direkt vor mir. Okay, dann komm. Weil hier kenne ich mich auch nicht mehr so gut aus. Ach da, nice. Boah, Pfadfinder. Tja, Siki. Okay. Wenn unsere Homies hier noch, äh, gleich, äh, irgendwann mal die nächsten Minuten kommen, dann werden wir das von... Boah, ich dachte, ich hab den. Boah, mit Bots ist echt anstrengend, ne? Mhm. Yeah. Fantastic. Boah, guck mal, ich bin im Zweiter Platz. Ich hab wie immer am wenigsten gekillt. Oh, Mann. Boah, Mann. But why, though? Boy. Keine Ahnung, ich versuche immer ein bisschen... ...bisschen mich, äh, zurückzuhalten. Ja, okay. Trinkst du ein Energy oder was? Ne, ich trink ein stinknormales Wasser. Aber ich hab gern Energy. Ich hab auch keins mehr, Alter. Doch, ich muss den Garage runter. So, alle hier ausrüsten. Ich heil mich einmal und nimm das Medi-Kit. Oh, ich bin schon losgegangen, gerade. Ist da noch Medi-Kits, ähm, oder... Ach so, alle jetzt weg, ne? Alle weg, ne? Jupp. Okay, ich... Let's go. Oh. Go, let's. Go, let's, ja. Oh, ich wurde gepackt, ich wurde gepackt. Oh, nein, doch nicht. Oh, Smoker schon tot. Ich hab direkt in Panik ausgebrochen, weißt du. Hm. Ganz auf den Ball. Oh, oh. Jockey. Oh, oh, oh. Oh. Oh, wie der rumpfliegt denn. Da hinten kommen ein paar. Warte mal, ich mach mal hier den. Ups. Müssen wir mal einmal strategisch spielen. Hm. Wenigstens einmal, ne? Nein. Nein, hier geht's nicht weiter. Nein, da hinten. Da, 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 da. Ist das eine Witch? Okay. Ist das eine Scorebombe? Aber die Bots nehmen die ja eh nicht. Ja, Mann. Stimmt, ne, ne Witch haben wir auch schon lange nicht gesehen. Ja, Mann. Ja, gut, wir haben uns gefühlt, äh, drei Stunden an dieser scheiß Brücke da gehangen. Ja. Da sind wir immer. Ja, aber die. Spitter. Spitter. Oh, Charger auch noch. Charger. Heftig. Alle drei direkt hier. Krass. Weiter. Oh, hier ist eine. Oh, die nehme ich habe. Ich habe hier so eine Nice-Head-Desert-Eagle gefunden. Das ist crazy, dass du die ganzen Bezeichnungen kennst von Waffen. Ich kenne die gar nicht. Boah, ich habe meine halbe Kindheit damit verbracht, so Ballast zu spielen. Ah so, okay. Da ist ne Witch, okay, dahin ist ne Witch. Licht aus und lass hier vorbei, äh, schleichen. Boah, du hast aber ein Licht an. Ja, ich habe jetzt gerade eingemacht. Da ist ein Jockey. Wo ist der Sack? Oh, nach oben. Ja, ja. Komm, wir hinten durch? Ne, ne, das heißt, wir müssen durchs Haus wahrscheinlich. Hm. Na, hier. Warte. Pass auf, der ist ein Witch irgendwo. Oder? Ich weiß nicht. Ich sehe gerade, ich habe gedacht, aber ich habe gepackt, ich habe gepackt. Ich habe gepackt. Ja, ich habe gepackt. Ich habe gepackt. Help me help us on the way. Ich habe den Smoker getötet. Boah, wie viel ich auf einmal reingestürmte vom Park. Sollen wir schnell raus hier, oder? Aber, ja. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Was für das? Ich vermute hier, wo ich bin gerade. Alter. Ja, was machen denn die Vollidioten? So, okay. Lass hier hoch. I owe you. Hört sich nach Tank an? What happens? Äh, wie gesagt. Ach, hier ist das. Die muss nicht hier hin. Ja, ähm. Ich war mich hier noch ein bisschen am umgucken. Na, du das. Ich kann mich hier noch ein bisschen, äh. Schon mal frei, alles. Okay, wir können weiter. Nice. Lass mal alles in Flammen gesetzt, ja. Hm, okay. Lass mal hier runter. Toll. Wow. Ja, ja, ja. Genau, oh, oh. Ja, das wird zu mir, ja. Wow, das wird zweimal getroffen. Oder so. Und dann zehn Leben pro Schlagweg. Hast du das noch mitbekommen, genau? Hm. Hier ist Munition. Oh, und ein Jockey. Jo, hab ich gesehen. Für mich ist nicht so ganz ersichtlich, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaub, hier unten aufs Schiff. Na, komm. Also. Ja, oder ans Schiff vorbei, oder was ist das? Ich geh mal hier aufs Schiff drauf. Ja, ich glaub schon wohl. Ja, oder wir können auch gleich dran vorbeilaufen, glaub ich. Über das Schiff. Ist cooler, auf jeden Fall. Ja, so. Okay. Okay, passt doch. Was auch, schade. Wow, da packt er mich noch. Ich dachte, die haltet schon so gut was aus, ne? Ja. So, okay. Und das Ach, hier wahrscheinlich, ne? Die sind so wie die Light-Version vom Tank. Ja, ja, ja. Wie der kleine Bruder, ne? Ja. Oh, raus, raus, raus. Puma. Hast du denn? Jo. Ja, du hast es gesehen, da oben. Der ist tot. Alter. Boah, geht's direkt wieder los hier, oder was bei dir? Ja, das sieht so aus. Aber jetzt haben wir drauf, weil ich, 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 ich wollte gerade am Nachladen, wie immer. In brennlichen Situationen bin ich immer am Nachladen, kannst du dir merken. Hm, okay, gut zu wissen. Ich heil mich. Mir geht's nicht so gut. So, ich lebe wieder. Nice. Okay. Reloading. Oh, mein, hier ist bestimmt, okay. Oh, nicey nice. Und Munition. Munition, wo? Ach ja, hier, tatsächlich. Oh, Fisch, ja. Für den Fisch. Oh, was ist denn da? Not cool. Wow, Charger. Oh. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Okay, wir müssen, glaube ich, hier hoch. Okay, lass mal hier oben verteidigen. Ja. Ich glaube, wir können hier über dieses Förder-Button hier auf der Schütte gelangen. Lassen wir auf die Schütte drauf. Damit wir hier von hier schießen können. Oh, die Witch. Vorsicht. Oh, scheiße. Ich schieße auf die, wie gesagt, grenzliche Situationen immer nachbauen. Oh, du liegst noch, ne? Ach, ne, ich muss. Oh, hat er dich schon hoch? Ja. Mir geht's wieder gut. Oh, beziehungsweise mich hat gerade ein Smoker gespielt. Oh, scheiße. Hast du ein Bot bei dir? Ja, ja. Komm mal. Alles wieder gut. Soll ich dich heilen? Ja, bitte. Okay. Danke, ihr. Ja, wohin jetzt? Da hin oder was? Ups. Was? Zum Bug? Okay. Freut mich. Ich weiß, wo der Bug ist. Nicht. Wie sieht gut aus. Okay. Oder? Ist das das Bug oder ist das der Anfang? Keine Ahnung. Boah, ich bin kein Matrose, Seeman. Das ist wahrscheinlich das Falsche. Wir müssen wahrscheinlich nach da vorne hin. Obwohl, warte. Wir können hier noch auf das andere Schiff drauf. Okay. Siehst du, wo ich bin? Ja, ja. Das sieht richtig aus. Ja, das könnte richtig sein. Oh, nice Waffe hier. Ja, die bin ich. Oh, hier müssen wir, glaube ich, drüber. Oh, Jockey. Ja, hab ich gesehen gerade aus dem Augenwinkel. Und natürlich geht er auch nicht drauf. Und der Hunter direkt hier auch. Ich schmeiß eine Rohrbombe da drüber. Ja, auch einen noch. Oh, das war ich, glaube ich, ne? Okay, gut. Boomergalle. Die kann man nochmal gebrauchen. Ja. Auf jeden Fall. Ich könnte auch noch eine Rohrbombe schmeißen. Aber warten wir erst mal. Boah, ey. Ich bin umbringt hier auf einmal. Plötzlich so. Ey, warte, ich glaube, hier muss man... Hier ist das Safe-Room, boy. Ich glaube, ich komme. Boah, ich liege, ich liege. Hä? The fuck. The fuck happened. Das habe ich auch gerade nicht. Ich glaube, ich stand in deiner grünen Kotze. Schnellerein, schnellerein, schnellerein. Ab darin. Geschafft, boy. Oh, du warst ja kurz vorm Ableben, Alter. Oh, wie viel Kills ich hatte. Oh, Witch Hunter. Ja, gut, du hast sie auch angegisst. Mhm. Ich fühle mich schrecklich. Ich-Lersen. Euerein. Nee.